Wir sehen so viele verschiedene Menschen aus ganz Europa und aus der ganzen Welt. Und es ist perfekt in Szene gesetzt. Es ist schön herzukommen und macht Spaß. Es ist aufregend, hier in Stuttgart zu sein. Es ist so spannend. Vor allem das internationale Publikum ist sehr attraktiv für uns. Ich kann hier gut Kontakte pflegen, weil ich sonst durch ganz Deutschland fahren müsste. Ich komme und besuche die Messe, weil sie sehr wichtig ist. Wieso? Sie ist alle zwei Jahre nur einmal. Für uns ist es super. Ich brauche das jeden Tag im Geschäft, dass man seine bestehenden Lieferanten besuchen kann. So Neuaufträge, neue Lieferanten, das ist ziemlich spannend. Es ist der Branchentreff schlechthin. Und man hat eben die Möglichkeit, alle Bestandskunden zu treffen, die man hat. Und eben auch die Möglichkeit, Neukunden zu gewinnen. Fasnerfest Stuttgart ist der Branchentreffpunkt. Also wir haben uns da wirklich sehr gut etabliert. Wir sind weltweit der Treffpunkt, wo wirklich alle Branchenvertreter zusammenkommen, um Geschäftskontakte zu pflegen, neue Kontakte aufzubauen. Internationaler kann eine Messe nicht sein. Insofern ist die Messe für uns immer ein sehr guter Austauschpunkt. Es ist nicht nur eine europäische Messe, es ist eine Weltmesse. Fasner Fair. Be part of it.